Wo sind die Linien, Richter? Wir brauchen keinen. Ich hab alles im Auge. Weiter! Wartet! Noch nicht! Eckball für die Gegner! Passt! Ich hab alles im Auge. Schieß! In zwei Minuten geht's weiter. Das Beste an der Almzeit. Acht Kilometer gerannt. Gediegen. Aber ich muss etwas aufpassen. Mein Puls ist leicht erhöht. Ich bin fix so fertig an meinen Knochen. Wo ist mein Rollator? Wo ist denn der AOK-Jobber?